hallo welt da draußen sei mir gegrüßt ich hoffe es geht euch allen gut in diesen doch recht seltsamen zeit mit kobe 19 ich hoffe ihr seid gesund oder verwandten gut und ihr kommt über diese zeit hinweg ich schätze mal die meisten gamer haben da weniger probleme damit in quarantäne oder ausgangsbeschränkungen sein auf jeden fall ich habe wieder neues hobby es kommt immer so schubartig ich sammle figuren und zwar immer genau dann wenn ich heute figuren aus meiner kindheit finde wenn ich irgendwo räume ziehe ich einen koffer vor oder sonst irgendwas und plötzlich purzeln mir da alte actionfiguren entgegen die ich hatte vor ungefähr einem jahr oder mehr ja ungefähr einem jahr ging mir das mit den turtles so wie ihr hier so hinter mir da sehen könnt und ich habe da schon auch eine gute sammlung jetzt sind also schwerer die ich noch die die ich noch will und dann neulich purzeln wir wieder andere figuren entgegen und zwar star wars figuren aus den 90ern die ich hatte als kind plus figuren aus den 70er und 80ern die ich früher schon mal gekauft habe und ich sammle die eben für mich müssen die jetzt nicht original verpackt sein da lege ich jetzt nicht unbedingt großen wert drauf es ist ein plus aber wenn nicht dann nicht weil ich mag meine figuren sowieso irgendwie lieber ausgepackt ich habe alle figuren die ich hier habe fast alle habe ich ausgepackt und möchte auch hinstellen heute kommen neues päckchen von von meiner neuesten meinem neuesten erwerb ich bin heute wieder sehr eloquent wie ihr merkt von meinem neuesten kaufhalt ihr kleines päckchen und da dachte ich mir ja es ist momentan ein bisschen ruhig auf dem kanal kenne ja von mir mittlerweile so ein bisschen also wenn ich nicht streame so wie gestern jetzt mal dann nehme ich euch einfach mit wenn ich meine neuesten figuren auspacke und wenn ihr da bock darauf habt dann zeige ich euch einfach mal so in einem separaten video meine sammlungen so was ich bisher habe also ich habe batman sachen ich habe turtle sachen und star wars und heute packen wir mal star wars aus und so ich weiß natürlich was drin ist aber ich bin gespannt wie dann jetzt tatsächlich der zustand ist manchmal sieht es auf bildern anders aus als es in der realität ist mich bekommen wir heute kann ich sagen etwas aus die empire strikes back was ja auch ganz gut passt denn da hatten wir vor kurzem das 40 jährige jubiläum vor andererseits oder mache ich ein geheimnis denn nach dem thumbmail wird es wahrscheinlich drauf sein nämlich bekomme ich den snowtrooper und einen äh rebellen von der schlacht im hoff mit geschütz so schachtel ist leer also hier haben wir einmal den repollen ich bin mir aber gerade nicht sicher ob das ein einfacher repoll ist oder ob das luke skywalker ist nur ohne sein lichtschwert viele haben den bei den 90er figuren bemängelt dass sie so ein bisschen muskulös sind so was auch sind aber für mich ist es halt ein stück meiner kindheit und ich freue mich da riesig wenn ich da was haben wieder davon oder neue sache bekommen ist es mir egal und hier haben wir den snowtrooper ich fand die ich weiß nicht ist die stormtrooper und auf allem die snowtrooper die haben mir schon immer gefallen hat schon immer mega toll und hier haben wir ein laser geschütz ich würde mal sagen das könnte so eine art sein wie das laser geschütz aus der mandalorian wenn ihr das gesehen habt vielleicht das vorgängermodell von dem da passt unser trooper genau hin im hintergrund sieht jetzt man hat sie die macht bestimmt blitzen ja halt das denn so und was natürlich zu unserem repollen allianzler passt ein anderes geschütz ich habe jetzt gar keine ahnung wie sich das wohl gehört so wie genau habe ich noch nicht kommt das kann man hier so das so draufpacken das so aus so ein bisschen wackelig ich frage mich ob das gehört oder ob man das irgendwo festmachen muss naja ebenfalls kennt man ja sieht man ja im film mehr als genug werden auch mehr als genug davon von 8080s zerstört ein 8080 das wäre übrigens so auch das ding da habe ich schon auf ein paar an augen geworfen aber die werden halt schon teilweise recht teuer verkauft so heute ist mir auch eine raumferde die die rüge um die lappen was soll es ja das waren die die zwei figuren mit den geschützen ich freue mich tierisch drüber beide aus den 90ern power of the force wenn ich mich irre wissen die ich gucke einfach mal ich habe hier hinten noch ein paar verpackte figuren ich dachte es hieß power of the force tut es aber wohl nicht weil hier hier zum beispiel haben wir so einen von original gepackten sandtrooper und ich vermute dass scheint dass diese figur vielleicht über spanien herkommt starbos la guerrera de la galaxia la guerrera des ich werde es nicht weiter aussprechen ja das war das kurze unpacking der zwei figuren ich finde es toll die kommen jetzt dann gleich hier hinter mir auf mein regal wie gesagt wenn ihr da interessiert so habt dann zeige ich euch da mal die ganzen figuren diese aufgestellt sind bin ich werde ich wahrscheinlich trotzdem machen ähm diesen sinne wünsche ich euch noch einen schönen abend tag nacht halt die ohren steif bleibt gesund und bis dann halt die ohren steif bleibt gesund und bis dann